Servus Leute und herzlich willkommen hier zum neuesten Video auf dem Krypto-Kanal. Ich bin Fynn und zusammen mit Timo und dir werden wir uns heute wieder die interessantesten und relevantsten Themen im Kryptospace anschauen. Doch bevor es losgeht, wirklich einmal ein ganz herzliches Dankeschön von allen von uns für den massiven Support, den wir in letzter Zeit von euch bekommen. Die Videos kommen super an, wir kriegen richtig viele Likes von euch, es gefällt euch anscheinend sehr gut. Würde mich extrem freuen, wenn wir heute mal ein Video die 25 Likes voll machen können. Schreibt auch gerne einen netten Kommentar darunter, wir kriegen wirklich extrem gutes Feedback und das unterstützt uns natürlich auch für den YouTube-Algorithmus gerade extrem. Und natürlich, wenn ihr neu hier seid, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann seid ihr jeden Tag bis spätestens 14 Uhr, sieben Tage die Woche auf den neuesten Stand rund um den Kryptospace. Trotzdem würde ich sagen, wir schauen uns jetzt die Thematik des heutigen Videos an. Und zwar geht es einmal um den Bitcoin Realized Market Cap. Was das mit dem Net Realized Profit und Loss zusammenhören, werden wir uns heute mit mir in den On-Chain-Daten etwas genauer anschauen. Danach werden wir natürlich mit Liam über den massiven Dump aktuell sprechen, beziehungsweise was die wichtigsten Price-Targets sind, die jetzt nicht nach unten durchbrochen werden sollten. Und dann sprechen wir noch mit Timo darüber, was aktuell für eine Klage gegen Geminine aktuell am Laufen ist, beziehungsweise was das für Geminine bedeutet und warum sie gegebenenfalls 10% ihrer Mitarbeiter entlassen müssen. Ich würde sagen, wir starten jetzt sofort in die On-Chain-Daten mit mir zusammen rein. So Leute, und wenn wir uns jetzt mal hier diese On-Chain-Daten etwas genauer anschauen, beziehungsweise den Bitcoin Realized Market Cap etwas genauer anschauen, ganz kurz vielleicht zur Erklärung, was ist der Bitcoin Realized Market Cap? Der Bitcoin Realized Market Cap ist im Endeffekt vom realisierten Bitcoin Preis der Market Cap. Das heißt sozusagen, für jeden einzelnen Bitcoin wird dann geschaut, zu welchem Preis wurde er das letzte Mal bewegt und so stark fließt dann diese Wertung ein. Das heißt, wenn ein Bitcoin das letzte Mal bei 10 Dollar bewegt wurde, fließt er mit 10 Dollar ein und wenn ein Bitcoin das letzte Mal bei 60.000 Dollar bewegt wurde, fließt er hier mit 60.000 Dollar ein. Das geht natürlich anteilhaft und über alle Zeiträume, aber was uns das Ganze hier insgesamt einmal zeigen kann, ist, dass man hier schon massiv sieht, dass jetzt dieser Abverkauf uns auch beim realisierten Preis beziehungsweise bei der realisierten Marktkapitalisierung durchaus auf mehrere Monatstiefs hier geschickt hat. Das heißt für mich auch, dass jetzt wirklich im Endeffekt die meisten Leute oder zumindest einige Leute, die wirklich aktiv vielleicht bei zwischen 40.000 und 60.000 Euro gehandelt haben, gekauft haben, akkumuliert haben, dass davon jetzt schon einige Leute wirklich ins Minus gerutscht sind. Und das muss man auch einfach sagen, bedeutet für uns, dass umso mehr die jetzt ins Minus rutschen, sie gegebenenfalls auch irgendwann ihre Verluste vielleicht mal begrenzen wollen und dann noch mehr oder weniger den Markt plötzlich dann doch komplett exiten, was natürlich nochmal ein negatives Szenario für Bitcoin wäre. Trotzdem macht das ganz natürlich auch Sinn, denn wenn wir uns hier mal diesen Net Realized Profit & Loss anschauen, sehen wir auch ganz ganz klar, dass wir hier seit Beginn 2022, also seit Januar hier wirklich ein massiver Verluststreak gesehen haben. Insgesamt wurden 16,5 Milliarden Dollar Net Realized verloren und genau das zeichnet sich dann hier auch bei diesem Realized Cap ein. Denn im Endeffekt ist es ja nichts anderes als die Verluste, die wir dann hier gesehen haben. Aber trotzdem muss man ganz klar sagen, wenn so viele Leute im Bitcoin-Markt aktuell etwas verlieren beziehungsweise vielleicht auch unter ihre Einstiegspunkte kommen, dann wird der ganze Markt einfach nochmal volatiler. Gerade auch natürlich, wenn jetzt das Exchange-Volumen nicht langsam mal wieder zunehmen sollte, könnte das Ganze natürlich noch deutlich, deutlich volatiler werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal etwas genauer auf den Charts an. Wir schauen die wichtigsten Preislevel an und zwar mit LIA. Okay Leute, dann auch nochmal willkommen zurück von mir an dieser Stelle. Wir wollen uns heute wie immer die Charts kurz anschauen und ich würde sagen, wir fangen auch direkt damit an. Auf dem Bitcoin Daily Chart kann man dann direkt mal erkennen, dass wir hier in diesem Fibonacci Retracement hier, was wir von unserem letzten Local High, sage ich jetzt mal, bei fast 50.000 bis zu unserem niedrigsten Punkt hier momentan haben. Und da sind wir quasi von dem 0,382er Level abgebounced und gerade hier auf diesem 0,236er Level, dementsprechend hier quasi kurz vor dem letzten Level, also hier unten, dementsprechend hier unsere, wie gesagt, immer noch wichtigste Supportzone hier, ungefähr die 29.000 bis 30.000. Also Leute, momentan sieht es ja so aus, als wurde Bitcoin ein wenig zurückgedrückt in der momentanen Day Candle. Und das ist jetzt natürlich extrem spannend, weil sollte Bitcoin so schließen, die Day Candle unter 30.000, würde ich sagen, dass es für den Bitcoin Preis wieder sehr, sehr kritisch aussieht. Denn wir haben ja zuletzt hier diesen Bounce gehabt, der auch ziemlich gut aussah. Aber wenn die heutige Day Candle unter 30.000 schließt, sage ich, ist das sehr kritisch. Und falls wir sogar unter diesem Retracement Level oder unter unserer Trendlinie schließen sollten, wird das allmählich echt schwierig, hier noch einen Reversal zu schaffen, bevor wir wirklich nochmal massive Preisverluste hier vielleicht in Richtung 25.000 bzw. 20.000 US-Dollar sehen werden. Außerdem muss man hier natürlich noch dazu sagen, dass wir hier die Bollinger Bands haben, die sich hier zugespitzt haben. Das heißt, es spricht immer mehr dafür, dass wir in nächster Zeit einen Breakout haben werden. Und da wir hier schon einen Breakout-Versuch long hatten, der nicht funktioniert hat, wird es immer wahrscheinlicher, dass wir hier einen Short-Breakout sehen werden. Wenn wir uns jetzt nochmal das Ganze im 1-Stunden-Chart anschauen, können wir auch erkennen, dass wir hier, nachdem wir mit diesem Diamond-Pattern, was ich perfekt im Video gecallt hatte, extrem diesen Dump hatten und jetzt diese kleine Bear-Flag hier hatten, dann kann man natürlich auch direkt erkennen, dass wir hier noch Short ausgebrochen sind und nun für den Kurs alles offen steht. Und das ist natürlich momentan auch unser kritischer Moment, denn wie ihr hier sehen könnt, befindet sich die Stunden-Candle momentan hier etwas in der Schwebe, genauso wie die Day-Candle. Und falls wir jetzt so schließen sollten, wie gesagt, Leute, passt auf, Vorsicht ist geboten und passt vielleicht auch kurz auf im Sinne von neuen Positionen eröffnen. Das könnte momentan tatsächlich etwas gefährlich sein. Ja, Leute, morgen kommt auf jeden Fall eine Ethereum-Chart-Analyse. Da werde ich nicht über Bitcoin reden und wir werden uns Bitcoin dann nochmal am Sonntag genauer anschauen, denn da ist ja auch der letzte Tag von dieser Woche und da können wir am besten prognostizieren, was dann nach dem Weekly Close passieren wird. Ja, Leute, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem News-Part mit Timo. An dieser Stelle auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Freut mich, dass ihr alle mal noch dran geblieben seid. Heute mit dieser sehr, sehr interessanten News rund um Gemini. Und zwar muss sich das Unternehmen nun wahrscheinlich einer größeren Klage in den USA stellen. Wir gehen einmal tiefer rein in den Artikel, was ist hier passiert. Und zwar hat die US-Regulierungsbehörde CFTC, das ist eben die Behörde, die eben für die Futures und Optionsmärkte zuständig ist, nun am Donnerstag Klage gegen Gemini eingereicht vor einem New Yorker Gericht. Worum geht es hier? Und zwar soll 2017 bei eben der Zulassung rund um erste Bitcoin-Future-Contracts Gemini Falschaussagen bei einem persönlichen Treffen getan haben und eben in Dokumenten auch falsche Angaben getätigt haben. Darüber hinaus wäre das eben ein Verstoß gegen das Rohstoffhandelsgesetz und eben auch noch weitere Vorschriften, die hier missachtet worden wären. Was ist dabei so schlimm? Angeblich sei eben dieser Bitcoin-Futures-Contracts eigentlich basierend auf einem Bitcoin-Spot-Kurs gewesen. Das Ganze wurde dann aber eigentlich nur von Gemini später ermittelt und eben auf der Plattform bereitgestellt. Also wir sehen schon, das Ganze ist ein bisschen wühe. Was hier genau passiert ist, ist jetzt eben erstmal nur der Vorwurf von CFTC. Gemini selber hat sich dazu geäußert, schauen wir uns gleich auch nochmal an. Sehr interessant aber auch, wenn wir uns eben hier diesen gelben Abschnitt anschauen. Gemini ist eben aktuell auch im Rückbau einiger Stellen. Dieser Artikel dreht sich eben darum, dass aktuell größere Krypto-Unternehmen Stellen abbauen. Gemini ist eines dieser Unternehmen. Sie selber entlassen aktuell ca. 10% ihrer Mitarbeiter eben aufgrund der schlechten Bedingungen auf dem Kryptomarkt. Das bedeutet, man sieht schon, das Unternehmen ist aktuell eben nicht in der besten Situation, wenn man eben hier schon beginnt, Mitarbeiter zu entlassen. Und da gegenüber steht jetzt natürlich diese sehr, sehr große Androhung und Erklärung der CFTC. Und zwar sagen sie selber, dass es nun, falls diese Klage natürlich durchgehen sollte, wir sprechen hier erstmal nur von einer gewissen Wahrscheinlichkeit, man weiß noch nicht genau, was rauskommt, siehe auf jeden Fall Rückerstattungen von unrechtmäßig erzielten Gewinnen sowie Geldstrafen, aber eben auch Unterlassungsanordnungen drohen könnten. Das Ganze wäre natürlich sehr, sehr bahnbrechend. Auch gerade, sage ich mal, allzu ein gewisser Präzedenzfall, wenn jetzt hier eben ein so großer Krypto-Exchange, ich glaube, wenn wir uns das Ganze auf CoinGecko mal anschauen, ist Gemini unter den Top 16, Platz 16 der größten Krypto-Exchanges. Da sehen wir schon, und so eine Klage würde jetzt natürlich sehr, sehr stark sich auch auf Gemini auswirken. Da gegenüber aber sehr interessant eben nun hier diese Aussage, die Gemini gegenüber Cointelegraph getätigt hat. Und zwar, Gemini war vom ersten Tag an Pionier und Befürworter einer durchdachten Regulierung. Wir haben acht Jahre lang immer Genehmigungen eingeholt und immer das Richtige gemacht. Wir freuen uns darauf, das vor Gericht zu beweisen. Also man sieht schon, Gemini selber sagt, sie haben hier eigentlich nichts falsch gemacht. Sie gehen davon aus, dass das Ganze eben rechtmäßig gewesen ist und eben hier keine Fehler von ihrer Seite getätigt wurden. Im Großen und Ganzen wird dieser Prozess, glaube ich, sehr, sehr interessant, eben auch, wenn jetzt ein so großer Exchange vor Gericht zieht. Das Ganze könnte eben, wie bereits gesagt, als Präzedenzfall später dienen. Ich werde euch hier natürlich weiterhin updaten. Das würde ich jetzt erst mal sagen, war es soweit vom News-Pod. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abonnement da. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, dass ihr nicht mehr die Videos bis 14 Uhr verpasst. Ansonsten sehen wir uns morgen im nächsten Video. Das war es soweit von mir. Ciao.